Der Sozialismus und nichts anderes sind die Grünen, führt, wenn er zusammenbricht, automatisch und immer in Repression und autoritäres Gehabe. Er kann nicht anders. Das ist ein Wesensmerkmal des Sozialismus. Insofern muss ich hier mich jetzt selber relativieren. Das, was ich vorher gesagt habe, war nicht brillant, sondern es war das plumpeste und offenkundigste, was man irgendwie sagen konnte. Und die Grünen haben diese Vorhersage der Plumpheit lustvoll erfüllt. Warum haben denn die Grünen generell so ein Problem mit Ex? Weil für die Grünen Ex vor allem die Plattform der AfD ist. Schauen und hören wir vielleicht jetzt mal rein in Toni Hofreiters Bibelferse zum Thema Ex, zum Feindbild AfD unter dem Motto, wir müssen jetzt zusammenhalten. Es ist für viele Menschen ein Riesenproblem, wenn die Faschisten von der AfD so stark gewählt werden. Aber es ist nicht nur ein abstraktes Problem, sondern es ist ein konkretes Problem für Menschen mit Migrationshintergrund, für Menschen, die sich engagieren, für Menschen, die homosexuell sind, für Menschen, die politisch anderer Meinung sind, für Menschen, die sich für die Demokratie engagieren. Und deshalb müssen alle demokratischen Parteien zusammenhalten. So sehr sich demokratische Parteien unterscheiden, so sehr müssen sie zusammenhalten beim Kampf für Demokratie und Freiheit und Rechtsstaat. Also es gibt zwei Begriffe, bei denen ich misstrauisch werde und bei denen wir alle misstrauisch werden sollten. Die Wissenschaft sagt und alle müssen. Wenn in der Demokratie jemand sagt, alle müssen, dann stimmt fast nicht, dann stimmt einfach irgendetwas nicht und dann hat es nichts mit Demokratie zu tun. Denn das Wesen der Demokratie ist, dass nicht alle müssen und das Wesen der Wissenschaft ist, dass nicht die Wissenschaft sagt. Deswegen bei solchen Formulierungen aus dem Waldschrat, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Aber auch immer, wenn unsere Demokratie in Gefahr ist, dann kriege ich auch immer schon so ein bisschen Wallung, weil das so ein klassischer Begriff ist. Also alle wollen die Demokratie retten und natürlich muss der Staat die Demokratie retten und nicht etwa die Bürger, die ja eigentlich das Wesen der Demokratie ausmachen. Also wir haben hier eine völlige Begriffsverdrehung da, indem man so tut, als könne sozusagen nur der Staat die Verantwortung für die Demokratie übernehmen. Dabei ist es eben genau umgekehrt gedacht. Es gibt diese Formulierung aus dem Vietnamkrieg, wir mussten die Stadt zerstören, um sie zu retten. Und das ist quasi die grüne Herangehensweise geworden inzwischen an die Demokratie. Wir müssen jetzt mal für eine gewisse Zeit Meinungsfreiheit abdrehen. Alle müssen das machen, alle müssen zusammenstehen. Um die Demokratie zu retten, müssen jetzt alle das tun, was wir sagen. Das ist die grüne Sicht auf die Demokratie. Schöner Kommentar dazu von Pura Mallorca. Sie schreibt in unseren Chat, die in Anführungszeichen demokratischen Parteien zeigen erneut ihr Demokratieverständnis. Ja, die, die am meisten betonen, so besonders demokratisch zu sein, die handeln eben so, worüber wir die ganze Zeit sprechen. Ist das nicht auch ein bisschen krank? Ich komme mir langsam vor wie auf Shutter Island oder bei einer Flug über das Kuckucksnest. Also wenn man sich Anton Hofreiter anhört, da waren jetzt keine singulären Ausschnitte, die mir besonders im Gedächtnis geblieben sind. Das macht nichts, Karoline. Die gleiche Leier, diese gleichen Buzzwords, die die Leute erschlagen sollen. Da kommst du mit der Freiheitskeule, du kommst mit der Demokratiekeule, mit der Zusammenhangskeule. Das wird alles nicht funktionieren. Ich kann nur hoffen. Es ist ja nicht sonderlich bekannt, zumindest nicht in der Breite der Bevölkerung, bei uns vielleicht schon, dass es früher bei X diese, oder auch bei Twitter, diese internen Zensurmechanismen gegeben hat. Richtig. Dass die jetzt wechseln. So, das wissen viele natürlich nicht. Und warum sagen natürlich, ja, warum hat der auf einmal so ein riesengrohes Problem damit? Ich kann trotzdem nur hoffen, dass sich viele Bürger einfach nicht täuschen lassen, die das sehen und die das hören. Dass die sagen, ja, Moment mal, das ist bestimmt nicht die Ursache des Problems, sondern das seid ihr. Ja, das heißt, ihr sprecht nicht über das Problem, sondern ihr seid das Problem. Geht doch bitte mal hin und beschäftigt euch mit den Themen Islamismus, Parallelgesellschaften, Migration. Anstatt hinzugehen und Meinungsfreiheit zu verbieten. Ich meine, wo ist denn der theologische Zusammenhang? Aber die Bürger sind ja sowieso, werden ja gerade von den Grünen immer ein bisschen wie blöd behandelt. Dann heißt es ja im Nachhinein immer, ja, wir müssen unsere Politik nur besser erklären. Also ich bin der festen Überzeugung, die Bürger wählen so oder stehen da gerade, wo sie gerade stehen. Nicht, weil die Politik schlecht erklärt wird, sondern ganz im Gegenteil. Weil sie ganz genau wissen, was mit ihnen passieren soll und was sie alles an Wohltaten fürs Volk vorhaben. Richtig. Definitiv. Das Erstaunliche ist ja auch im Grunde, dass diese Ex-Verbotsmanie von den Grünen ja rechtzeitig einsetzte nach den Wahlschlappen in Thüringen und Sachsen. Darf ich dazu kurz was vorlesen? Ja bitte natürlich, Julian, immer. Weil manchmal muss man auch den höchst unsympathischen Satz sagen, ich hab's euch doch gesagt. Und den möchte ich jetzt einmal sagen. Du willst also Recht haben heute Morgen. Also, Reichelt am 31. August um 9.40 Uhr auf Twitter. Prognose, Doppelpunkt. Ab morgen, Sonntag, 18.01 Uhr, werden Regierung und Medien, die Grünen vorneweg, mit anschwellender Lautstärke fordern, endlich ein X-Verbot wie in Brasilien zu prüfen und voranzutreiben. Warum habe ich das auf so brillante Weise vorhersagen können? Weil es offensichtlich war. Wenn man die Geschichte des Kollektivismus, der autoritären Geister, des Totalitarismus ein wenig kennt und studiert, auch die deutsche Geschichte, dann war vollkommen klar, wie Menschen, die offenkundig autoritären Geistes sind, auf eine Schwerstwahl-Niederlage, auf die ultimative Zurückweisung auf Wir-wollen-euch-nicht-mehr von den Wählern reagieren würde. Nämlich den Menschen den Satz zu verbieten, Wir-wollen-euch-nicht-mehr. Der Sozialismus und nichts anderes sind die Grünen, führt, wenn er zusammenbricht, automatisch und immer in Repression und autoritäres Gehabe. Er kann nicht anders. Das ist ein Wesensmerkmal des Sozialismus. Insofern muss ich hier mich jetzt selber relativieren. Das, was ich vorhergesagt habe, war nicht brillant, sondern es war das Plumpeste und Offenkundigste, was man irgendwie sagen konnte. Und die Grünen haben diese Vorhersage der Plumpheit lustvoll erfüllt. Und die Grünen haben diese Vorhersage der Plumpen gezogen. Alles klar!